Hallo liebe Freunde des gepflegten Let's Plays, herzlich willkommen zurück zu Catherine. Beim letzten Mal überschlugen sich die Ereignisse ja doch etwas, wir erinnern uns nochmal. Ähm, Vincent ging damals ja relativ sorgenfrei nach Hause, wollte etwas schlafen, tat dies denn auch scheinbar, ähm... Bekam Besuch von Catherine, allerdings die andere Catherine tauchte auf, es folgte zu einem... Es folgte ein Kampf, äh, Catherine wurde tödlich verletzt, die blonde Catherine, die wir hier links sehen. Und, ähm, er stellte sich dann aber raus, dass es sich dann nur um einen Traum handelte, den Vincent dann in einer weiteren Nightmare-Stage mit, äh, seiner jetzigen Freundin Catherine, äh, also nicht der hier gezeigten Catherine, absolvieren musste. Ähm, nachdem wir dies geschafft haben, wacht Vincent erneut auf und, ähm, verplapperte sich irgendwie mit der anderen Catherine, sodass die andere Catherine sich dann von ihm getrennt hat. Jetzt ist der andere, äh, jetzt ist der arme Vincent natürlich, äh, ja, arg depressiv, möchte ich sagen. Äh, kann jetzt eigentlich, äh, gar nicht mehr verstehen, was hier so abgeht, möchte ich sagen. Ähm, wir sind dann damals so ein bisschen mitten in den Cutscenes hängen geblieben, wir hatten die Möglichkeit, das Spiel zu speichern, daher jetzt auch diese etwas ungewöhnliche Ansicht des Hauptmenüs hier. Ähm, und ich würde sagen, wir machen einfach mal da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ähm, Vincent hatte sich ja damals, ähm, oder hatte die Situation ja etwas betrauert, ähm, betreffend der Trennung zwischen ihm und Catherine. Also wir machen jetzt einfach mal da weiter, wo wir aufgehört haben. Ja, sie sagte ja, wir sollen nicht mehr anrufen. Einsamkeit. Und scharfe Soße. Das erste Mal, dass wir hier die Außenwelt, möchte ich sagen, also die Welt außerhalb des Apartments sehen. Ich bin sehr schnell, ich glaube, dass ich mich nicht verletz. Ich habe, dass ich ein paar Fragen verletzend bin. Ich weiß nicht, sie nicht so gut machen. Es ist einfach so schrecklich. Schau, Vincent, du bist nicht nichts von mir schüttest, bist du? Hey, du denkst, wir werden das auch gut? Das ist nicht nur, weil ich mich verletzend bin, richtig? Naja, so schlimm ist es ja nun auch nicht, Vincent. Deine emotionale Welt ist ja nun auch nicht gerade von Regenbögen gesäumt hier. Ja, Vincent muss sich hier anscheinend ganz schnell was Neues ausdenken, damit er aus dieser Situation halt herauskommt. Aber ich bin ja auch noch da, lieber Vincent. Ich hole dich da schon raus. Irgendwie. Ja, kann man wie gesagt verstehen, dass er jetzt gar nicht mehr weiß, wo er sich befindet. Im Wachzustand oder ob er noch träumt. Hey, war sie seriös? Ja. Sie ist nicht auf meine Bezüge. Ich erwartet das, doch. In Hinsicht, vielleicht sollten Sie nicht die anderen Frau verabschieden. So, ich habe mit ihr in der Bar. Und zwar, am nächsten Tag, Kathrin kam zu meinem Raum und sie war da. Es war eine verrückte Szene. Mann, bin ich glücklich, dass es ein Traum war. Aber es fühlt sich weird. Ich fühle mich, dass es nicht ein Traum war. Mann, wenn es nicht ein Traum war, deine Ex-Groube wäre all über die News. After all, du sagst mir, dass sie die andere Frau stammt. Also, was ist das Problem? Eine Verrückte Frau hat dich auch nicht genannt? Ich weiß nicht, ich wundere. Was bedeutet ich wundere? Ja, ich bin mal ganz still hier und beobachte die Entwicklung hier. Ja. Nein, 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 nein. Es ist alles weg. Was ist falsch, hast du ein Toilet-Papier in da? Ich habe dich. Mann, es ist wirklich weg. Was ist das? Chill, ich bekomme dir etwas jetzt. Es ist alles weg. Warum? Ceilchen? Es ist nicht die Toilet-Papier! Sie in der Tatung, die sich weg wurde. Sie ist все weg. Sie ist weg! Sie sind weg? Ja, das waren sogar mehrere Fotos, falls ihr jetzt die von Catherine meint, der blonden Catherine. At the bar, where else? You guys were watching. We saw it? Yeah. Uh, I didn't see anyone. What the fuck are you talking about? You saw me with her! Huh? No. After that mess with her, you guys came by and tried to cheer me up, remember? You don't remember that? Uh, yeah, I remember that part. But all I saw was you looking pathetic by yourself. By myself? Yep. Ah, sie haben Catherine also gar nicht gesehen? Und nur sein Geschrei auf der Toilette oder von der Toilette gehört? Wo Catherine ihn vermöbelt hatte? Kein Wunder, dass sie denken, er ist durchgedreht. Ich glaube, dass du das machst, um Catherine zu verhindern, zu finden. Ja, ich hätte das die Gehirn gemacht, um das zu tun. Alles klar. Schau, ich sah nur dich gestern. Wir waren alle verbrannt, Mann. Ja, könnte man meinen. Ich habe mich gefragt, ob ich meine Sanität hier, Mann. Du warst schon vorhin? Du bist einfach gestern, nicht wahr? Das ist unmöglich. Das wäre wie... Huh? Oh, 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 oh. Hold on. Huh? Tja, Vincent, oder du bist einfach nur wahnsinnig geworden. Mann, du bist wirklich schrecklich, Mann. Du bist jetzt wirklich verrückt. Vincent, vielleicht du... Shut up! Ich bin nicht verrückt! Es ist ihre Schuld, ich gehe durch alles. Sie muss sich überhaupt existieren. Das ist alles blöde! Ich glaube, ich habe dich mit dir, Junge. Ich spiele, okay? Hey, w-w-w-wit! Was? Der Telefon hat einfach geflogen, das ist alles. Und letzte Nacht, du bist einfach nicht bezig, richtig? Ja, wieder mit mir? Ich habe nichts gesehen. Du glaubst mir nicht? Alles klar, Mann. Ich weiß, Erika muss sie gesehen haben. Sie arbeitet dort. Sie vielleicht weiß etwas über sie. Okay, okay, okay. Kommt mit mir heute in die Bar mit mir. Ich zeige dir, dass du falsch bist. Es ist okay, Mann. Ich bin gut mit mir. Es ist nicht okay! Jis, was ist mit dir, Mann? Ja, äußerst mysteriös. Das scheint sich ja hier fast so zu entwickeln, als sei die blonde Catherine gar kein irdisches Wesen. Das würde ja auch erklären, weshalb sie beim Besuch der anderen Catherine plötzlich hinter Vincent mehr oder weniger erschienen ist. Ja, spannende Entwicklung hier nochmal. Das Spiel ist ja auch relativ bald geschafft, also muss die Story auch nochmal so ein bisschen hier an Fahrt aufnehmen. Wird auf jeden Fall nicht uninteressanter, möchte ich sagen. Ja, stimmt. Und sonst waren ja auch nicht allzu viele Leute in der Bar letzten Nacht oder letzten Abend. Ja, ich bin aus dem Lachen aus dem Lachen. Nachher, du warst ziemlich verletzt, letzte Nacht. Ja, du warst völlig verletzt, Mann. Also, was? Ich war nur so, die ganze Zeit, als ich hier war? Ich bin so, diese verdammten Lachen, die verdammten Lachen. Boah, dann, wann diese Lachen beginnt? Das ist so verletzt, Mann! Hey, Mann, bleib es auf. Ich bin nur in dieser Lachen, weil ich sie mit ihr verletzt habe. Komm, jemand, sag mir, wo die Hölle ist sie? Mann, ich weiß nicht. Nein, nein! Mein Kopf schmerzt. Hey, bist du okay? Ja, so, das. Du warst bei dir selbst, genau so. Vielleicht warst du dich. Du warst wirklich verletzt. Ich bin nicht verletzt. Ich sage nur, dass es nicht möglich für sie nicht existieren. Insofern, Pell's Alkohol, nichts funktioniert für das. Ja, ich sehe es. Ah, jetzt fängt es auch hier bei Erika an. Ach, und wegen ihres Technomechtels mit Tobi vielleicht. Hmm. Well, well, I'm not so sure. It's because you guys won't shut up about nightmares. The same thing with the other customers, too. Is it a weird chain reaction? Hey, dreams we've been having. Don't you feel like we're all seeing the same dream? Really? I can't remember much, but you know, it felt like I was trying to get the hell away from Na, da steckt mehr dahinter, Orlando. Ach, jetzt bin ich schuld, oder wie? Ja, ja, ist klar, Leute. Ich verstehe, ich bin schockiert, aber es ist wirklich jemanden so schlecht. Wir haben ein Early Shift morgen auch. Oh, ja, du bist richtig. Wir müssen gehen. Hey, Vincent, wir werden jetzt losgehen. Sicher, du bist okay bei dir selbst? Hm, ich bin nicht verrückt. Der Jury ist noch nicht raus. Er wird uns nicht sagen, dass er die Frau wieder kennenzulernen will, oder? Idiot, ich würde das nicht machen, aber ich sah sie letzte Nacht. Ja, 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 wir haben das von dir alle Nacht lang gehört, weißt du? Na, danke für die fucking Hilfe. Ich werde nur noch ein bisschen trinken. Ich habe einen Augenblick, die Vincent noch hat, ist ja eigentlich seine ehemalige, oder seine Ex jetzt, ähm, Catherine. Die hat dann ja theoretisch mit ihm geträumt. Wenn sie sich dann dran erinnern kann. Ja, mysteriös, mysteriös, wie gesagt. Ach, ich hoffe bloß immer noch, ich treffe hier nochmal auf Justin und Daniel. Also, die sind ja wirklich letztes Mal nicht da gewesen. Und ich mache mir hier schon Vorwürfe, dass ich die in den Tod getrieben habe. Das wäre ja wenigstens mal schön, wenn ich immer so ein paar positive Auswirkungen erreicht hätte. Ja, aber schauen wir erstmal weiter. Recht viele Cutscenes im Moment. Aber das ist gut für die Story. Wie? Hallo, Entschuldigung. Kann ich hier sitzen? Oh! Was? Oh, ich habe nur gedacht. Es hat nur eine Woche seit... Seit wann? Seitdem ich diese Frau hier kennengelernt habe. Kann Leben wirklich so viel ändern? Just so? Es passiert. Aber vielleicht ist es die Träume. Wenn du nicht genug schlafen, dein Gehirn nicht funktionieren, und du beginnst zu sehen, Dinge anders. Also, du sagst, du denkst, sie ist auch eine Illusion, oder? Nein. Ich sage das nicht. Ja, du bist. Ich muss ehrlich sein, ich... Ich weiß nicht, was mir selbst passiert. Verdammt. Es ist viel passiert. Du bist wahrscheinlich nur ein bisschen verwirrt. Plus... Du hast schon viel trinkt. Hey! Ich kann mich überraschen. Oh... Natürlich! Ja, aber ich habe auch interessante Fakten über die Getränke dabei gelernt. Das darf man auch nicht vergessen. Die habe ich zwar schon alle wieder vergessen, aber... Naja, ich habe sie wenigstens gesagt bekommen. Hm. Hm. Ah! Boss hat sie gesehen. Sie sprach mit jemandem neben mir. Oh. Ja. Kann ich dir helfen? Ja, das ist interessant, stimmt. Sie hatte damals mit Boss kurz gesprochen. Also er ist der einzige, der sie wohl... äh... gesehen hat und etwas drüber erzählen kann. Wenn sich Vincent das nicht auch noch eingebildet hat. Ja, und während es hier lädt, können wir uns hier an diesen wunderbaren Zitaten von ähm... berühmten Persönlichkeiten ergötzen. Oft heiraten wir aus Verzweiflung und bedauern es anschließend ein Leben lang. Ja. Ja. Ich sag da mal nichts zu. Ja. 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 Ja, ja. Nun beruhig dich mal, Vincent. Also das bringt ja nun nichts hier. Da muss Erica jetzt auch mal dazwischen gehen hier. Warum sagst du das nicht gleich, Boss? Warum die geheimes Krämerei jetzt hier? Das verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Natürlich. Das ist deine Wahl, nicht wahr? Mädchen wie sie? Also dann, du verletztest? Okay, sieht? Er hat sie gesehen. Jesus. Really? Du bist nur mit Überraschung. Nicht nur du bist so weit so lange, aber du denkst, dass du mich herausfassst. Ich muss dich für deine Verhältnisse verletzen. Oh, ich habe wirklich nichts gesehen. Und, sorry, über die Verrschung. Ein viel passiert, also habe ich ein bisschen gegründet. Ich sage mir, dass ich sie sehen kann. Keine Art, dass sie nicht existiert. Normalerweise ist das so. Normalerweise kann sie nicht sehen, nachher. Hahaha! Hahaha! Was? Das ist nur natürlich. Ja. Ja, sie ist nicht irdisch, da haben wir es. Eine Frau wie sie, in einer Stadt wie dieser? Entweder. Du musst keine Angst haben. Ich habe dir gebeten, dass du Nachtmärkte zeigen. Sie zeigen, dass du Nachtmärkte? Es war ziemlich ein Seid, dich zu sehen, wie der Wind. Äh, was sprachst du? Hä? Sie war hier, richtig? Sie. Kathrin. Huh? Uh, warte. Du hast mich nicht geräuscht, weil... Ich habe nur... Ich habe nur gewusst, dass sie wirklich existiert. Ich wusste, dass du sie gesehen hast. Du hast, oder? Ah. Ich verstehe. Ah. Hey. Ahem. Das normal, Sir. Rum und Cola, war es das? Hey, Boss. Na, Boss scheint aber auch leicht nervös, wie er hier schwitzt. So könnte es... Das... Das... Das jemand anderes kann dir einen zeigen? Okay. Also, er verbirgt auf jeden Fall mehr, als er Vincent jetzt sagt. Ich frage mich. Ich bin sicher, dass du gesagt hast, dass du irgendwie enthalten hast. Ja? 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 Du hast ihn gehört, richtig? Ja, er hat er. Du hast ihn gehört. Also, was das all about? Huh? Er... 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 Was habe ich gesagt? Was bedeutet das? Ich habe das nicht gesagt. Du hast es gesagt. Ich habe es gesagt. Ich habe es nicht gesagt. Stopp'n mit mir! Ich weiß, dass du etwas schützt hast. Sag mir! Ich weiß nicht. Warum muss ich durch das alles? Das ist nicht nur du. Entschuldigung. Ich habe nicht erwartet, dass ich dieses Jahrzehnt. Er... Fuck you! Every day is unexpected for me! And what is with these fucking shades? You are indoors! Oh! Ei! Das ist ein schöner Augen, Boss. Hättest du die Brille doch gar nicht aufsetzen brauchen? Ach du Elend! Du... Auch nicht normal? Haha! The fuck are you? Please stop! You're dealing with a desperate man now! Thanks to you and your bullshit, Catherine and I are through! So explain yourself, fucking monster! Allow me to introduce myself. I... Thomas Muttin... Okay... Okay... To sum it up... When there are people like you... Who spend a long amount of time with a partner without commitment... It impedes the population model. The rate of population growth is less than optimal. What the hell are you talking about? So... I have these... Hesitant... I have these... Hesitant... Wait... You're talking about... The nightmare? Oh... You're the one behind that? Who... Who the hell are you? Yeah, er stand immer so verdächtig im Hintergrund und hat sich so wenig dazu geäußert und immer nur seine Weisheiten preisgegeben. Da war das irgendwie schon klar, dass Boss da tiefer mit drin steckt auf jeden Fall. Das ist eine Angelegenheit für die Zukunft der Spezies. Also, wir verabschieden diese nicht fruchtvolle Beziehungen und wiederhütteln die Frauen zu Menschen, die die natürliche Ordnung können. Okay, also was? Du hast nur einen Mann, die einen Partner haben, den sie nicht wollen? Ist das das? Ja, da haben wir's. Aber warum hast du das denn zugelassen? Das verstehe ich nicht. Mich so leiden lassen hier jede Nacht. Und jetzt ist Catherine auch noch weg. Nee, überhaupt nicht. Du denkst, du kannst das einfach wegnehmen? Ja, das ist nicht so, wie ich gerade angefangen habe. Nach allem, der Grund, warum du bist, war, dass wir den Mann ausfüllen, die deine Mutter ausfüllen. Ich glaube, das war so. Das war so. Du solltest du mit mir aufhören. Wenn du nicht glaubst, das ist gut. Aber es ist ein notwendiges Verlust. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Aber du hast auch gewonnen, dein Freiheit. Und du hast eine kürzische Wille zu überleben. Du solltest du wieder aufhören. 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 Boah, das sind aber echt lange Szenen hier. Aber wahrscheinlich auch notwendig, um die Story jetzt mal so ein bisschen zu erklären. Hier und die Beweggründe von Boss. Tut mir auch leid, dass ich so still bin, aber... Was soll ich jetzt hier immer drüber labern? So wie jetzt zum Beispiel. Ja, das klingt gut. Wir sind also noch nicht durch. Und es folgt noch eine Level, so wie es scheint. Was, wenn du hier hier sterben, bevor ich... Vincent! Hey, warte einen Moment. Ja, gerade zum rechten Augenblick, Leute. Vincent hätte hier fast eine Dummheit gemacht, glaube ich. Ich glaube auch nicht, dass wenn Boss jetzt so eine mächtige, ähm, ja, Kreatur darstellt, dass er sich so einfach hier hätte abstechen lassen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Weil das wirkt ja eben doch so ein bisschen wie eine Drohung, von wegen mit wahrer Macht erleben und so. So, und ich hoffe, ich komme auch noch so ein bisschen zum Spielen gleich. Folge ist auch schon recht lang geworden bis jetzt, aber... Ich werde dich jetzt wegziehen. Ich werde dich wegziehen. Für jetzt. Aber in Richtung... So, was du sagst? Wenn ich heute noch nicht жив bin, dann kannst du mir meine Wille geben. W-Wait, Vincent! Was hast du gesagt? Ich sage dir, es ist unmöglich. Dann sollte du keine Probleme machen, dass du diese Werte hast. Wenn du wirklich nicht kontrollierst, dann mach das letzte Mal. Es wird das letzte Mal, ob du gewinnen oder verlierst. Nicht nur für mich. Für alle anderen. Es endet heute Abend. Und nicht nur für das, wirst du mit Katrin zu haben, dass ich mich hier verraten. Das ist unmöglich! Ja, ich kann es nicht tun. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Und es ist nicht so, dass ich einfach... ...tex sie nicht. Sehr gut. Wenn du das agreest, dann gehöre ich deine Konditionen. Really? Great! Und erinnere dich, du besser behauptest. Du hast es? Oh! Hey, Vincent! Are you sure about this? One week of this bullshit is more than enough. And sorry to make you worry back there, but I gotta end this. Not so much with this jackass. With myself. Ja, also Vincent hat jetzt ein Deal mit Boss gemacht. Ähm, er darf Captain nochmal sehen. Ähm... Oh, weg ist er. Ähm, muss bloß noch einmal gegen ihn antreten, so wie es scheint. Vincent will jetzt der Sache ein für alle Mal... ähm, den Deckel draufsetzen, sozusagen. Also, dass die Sache hier ein für alle Mal beendet ist für ihn. Und er ist auch relativ entschlossen, dies zu tun, so wie es aussieht. Ja! Das waren ja jetzt... Das war ja jetzt eine geballte Menge an Informationen. Schöne, aber gute Story. Gefällt mir gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, als ich das Spiel damals angefangen habe. Das begibt sich ja jetzt immer in so ein bisschen mystischere, ähm, Gefilde, möchte ich mal sagen, so auch letztes Mal schon mit dem Traum und Catherine mit ihr zusammen zu erleben und dann diese Mordszene und... Ja! Wie dem auch sei, der Teil ist schon wieder recht lang geworden. Ähm... Ich werde das Spiel mal speichern und die Folge hier beenden. War jetzt nicht gerade von Gameplay geprägt, diese Folge, aber dafür mit einer sehr interessanten Story-Entwicklung. Und ich konnte dazu natürlich jetzt auch nicht so viel zu sagen, weil mich das selber natürlich auch sehr interessiert, wie es hier weitergeht. Gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem etwas Spaß gemacht dieses Mal bei Catherine und ihrer doch wirklich immer bizarrer werdenden Welt hier, die jetzt wirklich auch ins Mystische abdriftet und ins Surreale, wenn es das nicht schon war. Ähm... Ja, wie immer würde ich mich über einen Komment, einen Like oder auch ein Abo von euch freuen. Besucht mal meinen YouTube-Kanal. Schaut mal bei Facebook oder Twitter vorbei. Und... Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt... Catherine... Und dann würde ich sagen, geht's auch auf zum großen Finale. Also, bis dahin! Und tschüss! Ich wünsche euch mal die Titte! Vielen Dank.